Ich fand es hat mega Bock gemacht, weil einfach die Stimmung voll gut war und die Leute hatten auch mega Bock einfach auf die Atmosphäre oder auf die Predigt und auf den Worship. Das war einfach richtig cool. Der Worship, die Games, das war einfach die ganze Stimmung, war mega und immer wieder gerne. Vielen Dank.